äh, ja äh, nein das war dann doch zu viel Schadens-Input das war dann definitiv doch zu viel Schadens-Input ah ja, es ist wieder dunkel okay da 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 also ja das ist echt übel gerade mein chance output ist zwar gut aber es wir spawnen viel zu viele von den fiechern und ich sollte federfall wieder aktivieren ja wieder runter und gleich wieder hoch ja 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 Das war's für heute. Da ist kein Nest. Da hinten sehe ich glaube ich eins. Ich bin hier gelandet, ey cool ich bin hier gelandet. Das finde ich doch gar nicht mal so schlecht, dass ich hier gelandet bin. Ich bin hier gelandet. So, einmal Heilung. Ich bin hier gelandet. Ich bin hier gelandet. Ich bin hier gelandet. Ops. Oh. Jetzt bin ich hier. Okay. Äh. Aber ja, definitiv. Wenn ich das so mache, geht das viel schneller. Ich denke aber mal, ich sollte jetzt alle Nester haben. Höchstens hier ist noch irgendwo eins versteckt. Das werde ich aber sehen, wenn ich da nachher gleich hochgehe. Äh. Dippdippdipp. Ich kann nämlich einfach folgendes machen. Hier hoch. Hier hoch. Hier kurz rösten. Hunger kriegen. Den hier machen. Licht erneuern. Ja, doppelt das Gamesafe. Warum nicht? Oh, das war wieder eine blöde Idee. Hier. Ah ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Ja. Ops. Das war wieder tiefer Fall. Ja, aber... Wir machen ganz langsam Fortschritte. Aber wenn ich sagen muss, dass das ermüdend ist. Ich meine, das hier sind jetzt nur solche Bienenviecher. Aber was kommt auf den höheren Ebenen? Ich glaube, da kann ich fast schon eher durchrasten. Ja. Das dürfte sogar schon reichen. Den da habe ich auch schon zerstört. Das ist gut. Ops. Ich glaube, jetzt könnte ich mal den Stein in Anspruch nehmen. Aber scheinbar spawnen nicht mehr so viele. Oder der Text kommt einfach noch die ganze Zeit, aber es spawnen gar keine mehr. Ich muss nur noch die, die da sind, umbringen. Das werden wir ja gleich sehen. Die Hast war zu früh. Nee. Egal. Ups. Level up ist schön. Runterfallen nicht ganz so sehr. Worin packe ich da den Rest? Wahrscheinlich ein bisschen hier rein. Und den Eckstel dann. Level 20. Er hat gerade das Amulett an, gell? Ja. Der Ring macht Energies. Also kriegst du jetzt das Amulett. So. Ja, schön, dass sich der Speed normalisiert hat. Wie gesagt, ich hab nix gegen den Raum. Der gibt gut XP und wenn ich da die ganze Zeit grinde, so wie ich's grad mach, dann krieg ich Level-Ups. Äh, wo bin ich? Oh. Ja, hier. Hier ist okay. Nur ist das langweilig für euch, wenn ich die ganze Zeit da oben nur am Viecher töten bin. Vor allem hab ich eigentlich auch gedacht, dass ich die Watcher getötet hätte. Aber scheinbar hab ich nur drei von ihnen getötet. Ja, hier ist das langweilig für euch.